Ich bin Jussel, ich bin 14 Jahre alt, ich wohne in Driedorf und komme sehr regelmäßig ins Jugendzentrum. Das Coole an der Arbeit von der Michelle ist, dass sie viele Jugendliche zusammenbringt und insbesondere bei den Projekten, die sie ja leitet, lernt man ja auch dann andere Jugendliche kennen und dann bilden sie sich Freundschaften. Die kannst du gleich auch vierteln, wenn wir die ins Wasser tun, dann kochen die schneller. Okay, machen wir. Und jetzt wünsche ich allen Mitspielern, die ein Megalos haben, viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 1,3. 1.000 Euro fallen auf die 9,3, 2,1. 10.000 Euro auf die 2,0, 7,8,2. 100.000 Euro auf die 1,4,7, 5,0,7. Und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 2,1, 7,2, 5,6,5. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen. Spielen Sie mit und helfen Sie mit den Endziffern 2,1, 7,3, 5,0,7, 5,0,7, 5,0,7, 6,0,7, 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 7,0.